Ich habe viele Menschen kennengelernt, die mir gegenüber beteuern, dass sie positiv denkende Menschen sind und liebevoll mit anderen umgehen. Und dennoch läuft vieles in ihrem Leben schief. Im Grunde kann das vom Resonanzgesetz her kaum sein, denn wenn wir wirklich meistens positiv denkende Menschen wären, dann müsste sich dies auch in den Lebensumständen widerspiegeln. Wir hätten beispielsweise harmonische Partnerschaften, Freundschaften, einen erfüllenden Job, wären bei guter Gesundheit, hätten ein stimmiges Umfeld, wären zufrieden, hätten Spaß und Freude am Leben und der Geldfluss wäre ideal. Doch gerade wenn man sich unter vermeintlich besonders spirituellen Menschen umschaut, erkennt man oft sehr schnell, dass dies nicht der Fall ist. Es wirkt vielleicht so, aber wenn man in die Tiefe geht, sieht es häufig anders aus. Diese Gedankenstimme ist mit einem Unterbewusstsein verknüpft und sie wird von dort gespeist. Wenn wir uns bewusst machen, dass 95% der Gedanken und Handlungen vom Unterbewusstsein gelenkt werden, wie neueste Forschungsergebnisse nahelegen, dann wird schnell klar, dass wir uns mehr auf das passive Denken konzentrieren sollten. Es lohnt sich also definitiv, dem inneren Kritiker mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Für mich ist er wie eine Tür ins Unterbewusstsein. Er verrät mir nämlich, wie ich wirklich denke. Er zeigt mir, ob ich eher ein positiver oder ein destruktiver Mensch bin. Wenn du beispielsweise merkst, dass dieser Kritiker oft ver- und beurteilt, stänkert, besserwisserisch, rechthaberisch, selbstzerstörerisch, ironisch gegen dich oder andere ist, dann weißt du sehr schnell, dass du dringend handeln musst. Ist dein innerer Kritiker dagegen eher positiv, wohlwollend, ehrlich, aufbauend, freundlich, motivierend, freudig, dann weißt du, dass du schon auf einem sehr guten Weg bist. Es ist nun sehr wichtig, dass du gnadenlos ehrlich zu dir bist, wenn du deinen inneren Kritiker einschätzt. Denn nur wenn wir erkennen, wie es um unser Unterbewusstsein steht, können wir dies auch verändern. Stell dir mal vor, wir können gemeinsam 95% deiner Gedanken auf Erfolg ausrichten. Sicher ist dir schon aufgefallen, dass ich das Wort Erfolg verwendet habe. Damit meine ich nicht nur den finanziellen, sondern Erfolg auf allen Ebenen. Meine knappe Definition von einem erfolgreichen Menschen lautet, Jemand, der seine Berufung lebt, Spaß und Freude am Leben hat, sich selbst und andere Menschen liebt, eine harmonische Beziehung lebt.